Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 274. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, um mir zuzuhören. Nebenbei, mein Name ist Lukas Müller und ich mache seit über einem Jahr nun diesen wunderschönen Podcast hier auf myfish.org. In der heutigen Episode möchte ich gerne auf das vergangene Jahr zurückblicken, sozusagen ein kleiner Rückblick auf myfish.org-Podcast. Welche Themen haben wir überhaupt gemacht? Welche neuen Menschen haben wir hinter dem Hobby vorgestellt? Das und mehr heute in Episode 274. 2020, ein spannendes, aber auch komisches Jahr, neigt sich langsam dem Ende zu. Der Coronavirus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Aber einen kleinen Vorteil hatte das Ganze. Die Aquaristik hat viele neue Aquarianer dazu gewonnen. Gerade durch den ersten Lockdown haben einfach viele dieses tolle und wunderschöne Hobby für sich entdeckt. Übrigens hat auch der myfish-Podcast einen wesentlich höheren Anklang gefunden und auch die Aufrufe wurden wesentlich höher. Wir haben das Jahr 2020 mit drei ganz großen bekannten Gesichtern in der Aquaristik begonnen. Einer davon ist Martin Schmidt, auch bekannt als Martins Fische und hat uns ein wenig Einblick in sein Leben als Lehrer und als Newcomer auf YouTube erzählt. Heute ist Martin mit seinem YouTube-Kanal Martins Fische aus der Aquaristik gar nicht mehr wegzudenken. Aber nicht nur Martin hat sich auf der Plattform YouTube verirrt, sondern auch der Aquascaper Sascha Heuer, der in diesem Jahr dreimal Rede und Antwort zum Thema Aquascaping, Low-Budget-Aquascaping sowie auch zu seiner Person uns viele Einblicke geben konnte. Die großen Newcomer und auch nicht mehr aufzuhalten sind wohl die beiden Jungs von Aquadicted. Kevin und André. Sie haben sich im Januar bei euch hier bei myfish.org vorgestellt und haben nun bereits einen YouTube-Kanal mit über 30.000 Abonnenten, wo sie täglich uns mit neuen Informationen beglücken. Auch das Thema Osmosewasser ist 2020 in der Aquaristik ein weit verbreiteter Begriff gewesen. Wir haben das Ganze in vier Folgen aufgeklärt. Was ist Osmose? Welche Osmoseanlage sollte man verwenden? Kann man Osmosewasser trinken? Und wie stellt man Osmosewasser richtig her und was sollte man beobachten oder beachten? Das haben wir auf jeden Fall dieses Jahr auch mal unter die Lupe genommen. Aber auch Zuhörer haben wir kennengelernt und einige haben viele interessante Dinge über ihre Aquarien oder wie sie zur Aquaristik gekommen sind erzählt. Ich hoffe, die bleiben auch weiterhin alle bei diesem wundervollen Hobby und wir werden auch 2021 viele von euch noch kennenlernen. Ich selber habe angefangen, euch Tierportraits vorzustellen, wie zum Beispiel auch die Ormano-Garnele, wo ich einfach mein Fachwissen an euch weitergegeben habe. Tatsächlich habe ich aber nicht nur über die Süßwasser-Aquaristik gesprochen, sondern wir haben zusammen mit Janik Heidmann Einblicke in die Meerwasser-Aquaristik bekommen, wo wir vieles über den Einstieg in der Meerwasser-Aquaristik, aber auch über Korallen und deren Arten und wie man die pflegt, gelernt. Nicht zu vergessen ist, ich habe Last Winger zu einem nicht wirklichen aquaristischen Thema ausgefragt, nämlich alles über den Pfeilgiftfrosch, die wirklich sehr, sehr spannend sind und ich einfach auch nicht anders konnte, als sehr, sehr viel darüber zu fragen. So viel ist 2020 passiert und noch viel, viel, viel mehr. Das alles hier aufzuzählen würde ziemlich lange, denke ich mal, dauern. Aber was folgt denn jetzt überhaupt 2021? Na erstmal hoffe ich, dass wir Corona alle gesund überstehen und wir in den ganz normalen Alltag zurückkehren können. Wobei ich das Zuhause-Sein schon echt cool finde und mir das wirklich richtig gut gefällt. Wir werden im Jahre 2021 hinter die Kulissen vom Großhandel schauen, neue Menschen hinter dem Hobby vorstellen, in Produktion von Aquaristik-Herrstein reinschnuppern, neue News aus der Aquaristik hervorbringen und natürlich neue Tiere und auch weitere Tierportraits werden nicht zu kurz kommen. Aber das Allerwichtigste ist, wir werden das Hobby gemeinsam weiterhin leben und Spaß daran haben. Ich denke, da habe ich für alle das Richtige gesagt. Hiermit gehen wir in eine kurze Winterpause vom myfish.org-Podcast. Das ganze Team von myfish wünscht euch frohe Feiertage, bleibt alle gesund und kommt gut ins neue Jahr. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 274. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Euer Lukas, bleibt alle gesund. Tschüss.